Musik Meine persönliche Mission ist, Ressourcen zu schonen und effizient zu sein. Wir haben noch eine Welt. Ich bewirtschafte drei Hektar Wald in meiner Freizeit. Durch die Liebe zur Natur sehe ich, dass es wert ist, diese Welt zu bewahren. Das ist natürlich auch meine Aufgabe hier innerhalb der OMV, dass die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, bestmöglich eingesetzt werden. Musik Mein Name ist Josef Putz. Ich bin 54 Jahre alt und mittlerweile seit 33 Jahren hier in der Raffinerie. Ich bin immer schon in der Maschinentechnik und derzeit tätig als Teamleiter für Maschinen und für Armaturen. Musik In meinem Projekt tauschen wir die Anrüfsturbine des Rohgas-Kompressors und überholen den Rohgas-Kompressor. Der Rohgas-Kompressor ist das Herz der Petrochemie, weil er die Prozesse primär am Laufen hält. Durch die Erneuerung der Turbine wird diese wieder in einen Zustand versetzt, die eingesetzte Dampfenergie bestmöglich und effizient zu nutzen. Die neue Turbine soll bis zum nächsten Turnaround am besten sieben, acht Jahre laufen. Musik Neben mir arbeiten noch zwei weitere OMV-Kollegen und in Summe 60 Partner für Mitarbeiter an diesem Projekt. Die Motivation und das Engagement zeichnen mein Projektteam aus. Vor allem aber zeichne mein Team aus, dass wir trotz der Anspannung immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Musik In der Zukunft möchte ich mein Wissen und mein Können einbringen, um hier Ressourcen zu schonen und effizient zu arbeiten. Aber vor allem will ich die Begeisterung der Maschinentechnik an meine Kollegen übertragen. Unsere Branche steht vor einem gewaltigen Umbruch. Die OMV Deutschland sehe ich aber für diesen Umbruch bestens aufgestellt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020